ach bitte oh ja angreifen kann ich noch mehr abkannen irgendwie mag ich angreifen nicht abends ist immer ja mein spiel teil meines gehirns was ungefähr für 99 prozent meines kindes ausmacht irgendwie inaktiv nicht trotzdem wäre ich will nicht das ist doch der einzige grund warum nox gewonnen hat natürlich ja weil wir so gut wie ich überhaupt keine chance ja hast du nicht diese alle ihre ihre komischen sachen an die wand sprühen ich will auch so jenny ich bin nicht jenny ich will auch was an die wand sprühen aber es geht bei mir nicht und würzerin irgendwelche ponies sprühen nun die Europäer ist noch voll oft Pony war wir besetzt hat irgendwie alle jede Sekunde zu dem komischen Schrank rennen die bringt so voll aber es war selber verletzen ja ok mache ich auch immer aber spiel mal was anderes das stinkt Nox lässt grüßen der tippte hat bums gemacht und jetzt extra auf das schuchtelding switchen ja hart bitte hilden hat sich gerettet ich hab doch eh nen razerback na und meine stick ist nichts treffen die kasse geswitcht oh mein gott was für ein wundern komo ganz ehrlich redet und müll und aber hat ihm war noch heavy und habe ich gekühlt also jetzt beim geswitcht war er denkt so mit kreischen zwei gut kühlen da ist er ein wichser, so rennt da wo ist ein wichser hin oh er könnte überall sehen oh der Mann ah f*** dich mit ein ja 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 wir können hier auf einmal hinter uns sein wir sind doch so gut vorgedrungen ach ja stimmt da gibt es ja auch noch einen wagen ja das ist eure angelegenheit hier als sniper nicht ran ich renne hier in der gegend rum und keine ahnung was ich machen soll warum auch immer ach ich kratze voll ab dann schiebe ich mal bisschen dann sollt mich nicht töten während ich den wagen schiebe hier hier tschüss hey wow was ist die kauter klasse zum spy pyro ist doch irgendwas was ich kann ähm ja was kannst du denn äh ja das ist das problem äh heavy ne pyro ja pyro ja nuuuk ist eigentlich nox oh verdammt dann versuche ich mal pyro uuuuuk wumms das gefühl dass wir verloren haben mhm ja spring zum wagen schnell wo ist der wagen das entry ah gay also wie gehts jetzt weiter spielen wir jetzt noch das weiter oder gehen wir auf den wunsch von marco ein ha 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 rohren spielen können ein paar wie will er was marco hat gefragt ob wir einen paar lang orange spielen können oder ist eine sache ich habe gesagt wenn du willst dann ja wenn nicht dann nein ich werde nie wieder in meinem leben auf diesem erbärmlichen server spielen ja ja dann fack auf marco orange ist der größte kack server den im spiel gibt wir sind die die das ist die ansammlung von free to plays da drauf das stimmt leider also ich kenne ein paar free to plays die wirklich brutal gut sind aber wir müssen zu gehen ein paar leute sind schon naja auf orange trifft man aber so eine coolen leute wie wie damals der eine der mir ne strange black box für meine maschine angeboten hat das wird schon wieder nichts das ist so lehm der dringer guck mal ob ich das genauso platziert bekomme wie der loop gerade eben die 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 Hallo, haha. Hi. Warum hast du diesen komischen hässlichen Helm auf? Mit der Krabbe. Keine Ahnung. Hab gerade keinen. Hab alles verkauft. Oh, Schatten. Guru als Soldier. Okay, gleich wird er bestimmt die Klasse switchen. Also, ich würde aufpassen. Oh, der hat trotzdem noch besser als zu. Ach, bitte. Hallo. Ah, Trottel. Bei Spawn Camp. Oh, und wer passt nicht auf? Ihr passt nicht auf. Wie können denn da sechs Leute an dem Auto sein? Scout! Ah, I'm C-Banding. Ey. Das wird langsam echt langweilig. Ja, wir haben einfach leidiert. Ich glaube, wir haben einfach leidiert. und Ruhigurte dies war die Klasse geswitcht was für ein Wunder Hör eigentlich nicht mehr auf die Flamen Das ist kein Flamen, probiert nur seine Dummheit zu überdecken Rarrii trarra Darum wundert mich das nicht, dass der eine Soldier erstmal das ganze Team kaputt macht Dann spiele ich meinen Medic Juhu Oh wir haben ja schon vier, egal Vier Medics? Super Deshalb kackt das Thema voll ab Weil die alle in einem Demoman dranhängen, der nichts macht Vorbei Achtung Mit der Hacke Na siehst du, jetzt hat der Guru schon wieder die Klasse gewechselt Lass ihn doch einfach seine Klasse wechseln, wenn er Spaß dran hat Lickst du auch auf die Klasse? Nein Doch Jetzt nur in der Notsituation, weil nichts bringt Mal noch mich Ich hab grad die ganze Zeit Klassen gewechselt Jetzt merkt man sich mit allen schlechten Ich bin halt auch mit allen scheiße Außer mit der Sniper Ich bin halt auch mit der Sniper echt scheiße Aber du bist insgesamt mit allen Klassen besser als ich Du spielst aber auch länger Knapp Knapp Baut della Sniper Insofern Baut der Sniper Ne